Content is King und Video ist dein Ass im Ärmel. Mehr Content bedeutet mehr Umsatz. Mit Content Marketing erreichst du über Google, YouTube und Social Media genau die Leute, die nach deinem Angebot suchen. Du bekommst jetzt hier deine eigene Content Marketing Strategie. Die folgenden sieben Schritte führen zu mehr Reichweite, Kunden und Umsatz. Ich bin Armin Bichler von Stadtshow. Mit meiner Content Marketing Strategie habe ich in den letzten Jahren verschiedene eigene Webprojekte aufgebaut. Ich helfe Unternehmen und Selbstständigen dabei, mit Content Marketing mehr Kunden zu erreichen. Am Anfang steht eine ausführliche Keyword-Recherche. Was suchen die Leute, wie oft suchen sie danach und was kannst du in diesem Bereich anbieten? Wir erstellen zu jedem unserer Texte mindestens drei professionelle Grafiken. Wir optimieren unseren Content für Suchmaschinen, SEO. Das heißt, wir setzen die Keywords an den passenden Stellen und sorgen dafür, dass Google unseren Content bestmöglich interpretieren kann und damit auch in der Suchmaschine besser platziert. Wir teilen unseren Content in allen möglichen Social Media Kanälen. Über Tools wie Blog2Social geht das automatisch. Link ist in der Videobeschreibung. Dann bauen wir weitere Backlinks auf thematisch relevanten Webseiten auf. Wir kontaktieren Blogger oder andere Webseiten für Kooperationen, um auf diesen Seiten eventuell Gastartikel zu veröffentlichen. Videos sind ein unfairer Vorteil gegenüber der Konkurrenz, die eben noch nicht auf Videos setzt. Wir produzieren ein Video zu jedem unserer Artikel. Das Drehbuch haben wir im Prinzip schon, müssen den Artikel nur ein bisschen kürzen und können dazu dann ein Video machen. Das Video laden wir dann auf YouTube und optimieren es mit Video-SEO, sodass es bei YouTube besser positioniert wird und mehr Views erhält. Die Maßnahmen dieser Content-Marketing-Strategie bringen dir nachhaltig und automatisch Interessenten für dein Angebot. Und dann geht es darum, diese Interessenten auf deiner Webseite in Kunden zu verwandeln. Starte jetzt mit Content-Marketing. Klick auf den Link unter dem Video für ein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Dabei entwickeln wir einen Schritt-für-Schritt-Plan für dein Unternehmen. Ich freue mich auf dich, dein Armin.